Das bedauerliche ist, dass wir sowieso wissen, wie das alles enden wird. Nämlich mit einer Niederlage. Egal wie gut ihr spielt, ihr werdet auf jeden Fall verlieren. Die Geschichte ist im Traum ununkehrbar. Das ist doch jetzt gut so. Wir können sie nicht wegzunehmen und machen ihren Weg zur Sicherheit. Die Zeit ist von der Essenten. Die Alli's Main Assault Force könnte es auf jeden Fall kommen. Wir können sie nicht holen, unsere Fahrzeuge oder keine Sensitive Dokumente, die nicht bereits haben. Mit all den Kommunikationen Probleme und den Angriffen Income assault, die Situation ist schlimm. Die Signals Battalion hat uns in der Vergangenheit geholfen in der Vergangenheit. Oh, 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 oh. Okay, sollen wir jetzt die Truppen dahin retten? Wir retten die Truppen. Habe ich das richtig verstanden? Nähern Sie sich den Signalfahrzeugen. Ja, super. Das ist ja wohl einfach, ne? Dann machen wir das mal eben. Ah, dann können wir gleich die Super-Kombo des Afrika-Cores nutzen. Und zwar ein, äh... Ach, der hat jetzt einen Granatwerfer, ne? Okay. Mal sehen, ob das auch funktioniert. Ja, das funktioniert auch. Ja, ist schon cool. Boah, gelagerte Kaserne. Boah, gelagerte Kaserne. Boah, gelagerte Kaserne. Teiligen Sie das Fahrzeug. Habe gemacht. Sorgen Sie dafür, dass Sie jetzt mindestens zwei Signalfahrzeuge überlegen. Los, los, los! Judging by the last message sent by the Signals team, the main British assault force should be no farther than four kilometers from us by now. Signals have started packing up one of their vehicles. Stay with them to ensure they can finish before retreating. Enemies must be killed! Command us! What's the next? Enemies! 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 Wir sind jetzt jetzt! Bedeut, Herr Kommandant! Wir können jetzt hier! Wir müssen! Wir müssen это! Danke Auto! Wir müssen jetzt in den kleinen Trink. Den Schlagf nicht auf die Plane für Anti-Tank. Plane für uns! Wir müssen jetzt. Siegner hat angefangen zu holen, bleiben Sie mit ihnen, um sie zu Ende zu können, bevor sie zurückkehren. Kommandant! 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 Wir laufen einfach von Block zu Block und wir blocken uns hier durch. Keine Ahnung, ob das die Lösung ist, wahrscheinlich nicht. Ach cool, sie reparieren den. Ist das nicht toll? Das ist perfekt. Wo ist denn mein Druck hier? Ja. Ich hab doch noch mehr im Auftrag gegeben, oder nicht? Das kann nicht mehr bauen, oder was? Ah, das ist wieder so gemein. Obwohl, ich hab noch Reserven über. Aber so viel auch nicht, ja. Das liegt daran, weil ich gerade das Geschipps besetzt habe, oder? Das lässt mich wieder zu spüren, äh, lässt mich wieder spüren hier. Das ist deswegen die, ähm. Ups. Da haben wir eins verloren. Ja. Da haben wir gut genug geboten. Glauben. Glauben. Ich habe das nicht. Da steht nicht sehr gut. Das ist ganz gut. Wir haben uns geboten! Der Krieg in die bible braucht uns! Jetzt verliere ich den Platz auch oder was? Es ist nicht ganz so einfach. Die Tür ist offen, Australien! Die Maschinengewehr braucht eine Crew! Panzerpion- Wir haben Movement Orders. Was brauchen Sie? Pulling out of combat! Panzerpioniers, grab your gear! Wir gehen raus! Die Box ist Finest! Jawohl! Hands back up! Reverse! Beklolf! Feuerte es gut! Dr. Die noch aus derzeit's Macht-Schwarte sind gekommen! çıktı! Dr. Ball-schwarte! Kommandant, Sie kommen! Dr. ą den Arten, Sie kommen! Squad, Sie kommen! Dr. 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 Order's incoming. Everything in order. As Signal's vehicle reports, they have finished packing up and are starting to retreat. We must ensure they make it to their destination in one piece. Light Italian tank completely destroyed. Run us! Finally! The MP-34 is coming! Battalion Infantria, ready to serve! My crew is running! What do you need? We cannot take these losses! The Panzer Grenadius squad has been cut down! The infantry squad down! No! We're losing men! Panzer Knacker, now! Open up, lad! Coordinates received! Throw the Panzer Knacker! Right! All of you! With me! Commandant! One of the Signal's vehicles has finished packing up and is making its way to our rendezvous point. Make sure they reach it safely. Orders! A Signal's vehicle has made it to safety! Ready for orders! Ready on your word! Grab your gear! We're heading out! Panzer taking in! They're first! Oh! I ended up going! Go back to the Panzer Pioniers! Quick march! Eine enge Geschichte, aber es läuft! Diese AMG-Abwehr-Türme zusätzlich, die bringen uns schon ordentlich Druck und helfen benügend Spannung zu erzeugen, um das Problem zu bewältigen. so die anker in den stich lassen das ding sie muss ich nur beschützen machi so der schafft auch weg das sieht aber gut aus wenn die mission es war die dinge zu retten dann habe ich das ja eigentlich geschafft habe ich geschafft zwei stück so war das ziel dass mindestens zwei signalfahrzeuge gerettet werden haben wir geschafft das dürfte es doch dann gewesen sein oder eine kurze schnelle runde ja sauber so ist so ist richtig gut schön auch nicht so schwer bisschen stressig aber sonst halb so wild ja cool im battlefield war damals so richtig geiler panzer fight ja mal gucken was da kommt wir sehen uns in der nächsten folge leute und dann ziehen uns das rein bis dann und haut rein 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 rein